Die Spannung steigt ins Unerträgliche. Die Gewinner sind schon wieder die Jungs aus Hamburg. ELV Insider von Elbkind. Herzlichen Glückwunsch! Da kommen sie schon. Über eine Microsite konnten die Fans ihre Fragen zur Haussicherheit direkt an einen ELV-Insider senden. In Antwortvideos deckt es die Schwachstellen auf und zeigt Lösungen. Hey, tach! Ihr schon wieder? Immer die gleichen. So, da ist euer Preis. Jetzt mal ganz kurz. Was ist so im deutschen Haus die unsicherste Stelle? Eindeutig das Fenster. Jetzt das Glas oder der Verschluss? Alles komplett unsicher. Okay. Habt ihr persönlich Sicherheitsvorkehrungen zu Hause vorgenommen, nachdem ihr diesen Job gekriegt habt? Ja, dadurch, dass wir die beiden Experten hatten, ist jetzt alles top safe bei uns. Prima. Und wie viele haben da mitgemacht? Sehr viele haben jetzt ein sicheres Haus in Deutschland, sage ich mal. Prima. Herzlichen Glückwunsch an Elbkind und an ELV-Insider. Großartig. Ich bitte einmal auf die Fotoposition. Prima. 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 Prima.